Hallo zusammen, es geht weiter mit der Vorlesung. Wir beschäftigen uns ja in der Vorlesung im Moment mit regulären Sprachen und mit endlichen Automaten. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, was in der letzten Vorlesung insbesondere besprochen wurde. Also Sie kennen endliche Automaten, Sie kennen reguläre Sprachen, also sozusagen die Definition. Und da ist eben die Frage aufgetaucht, haben die beiden Konzepte irgendwas miteinander zu tun? Und als allererstes sozusagen die Idee zu beweisen, dass es für jede reguläre Sprache einen endlichen Automaten gibt, der diese akzeptiert. Dann haben Sie mal angefangen, das zu beweisen. Zu dem Zeitpunkt kannten Sie nur deterministische endliche Automaten. Und da hat sich sehr schnell gezeigt, dass man den Determinismus aufgeben würde, es vielleicht leichter geht, das zu zeigen. Also sozusagen eine reguläre Sprache hernimmt und entsprechend der Art und Weise, wie diese reguläre Sprache aufgebaut ist, dann einen endlichen Automaten konstruiert, der diese akzeptiert. Dann wurde der Beweis sozusagen unterbrochen oder zurückgestellt und jetzt mal das Konzept nicht-deterministische endliche Automaten angeschaut. Für Erinnerung, bei deterministischen endlichen Automaten ist die Übergangsfunktion eine Funktion, die also ganz eindeutig für jeden Zustand und jedes mögliche Symbol aus dem Alphabet, das man in dem Zustand lesen kann, sagt, was der Folgezustand ist. Dem gegenübergestellt wurde das Konzept des nicht-deterministischen endlichen Automaten. Nicht-Determinismus, das heißt, es gibt eventuell Wahlmöglichkeiten, wenn man in einem Zustand ist, ein bestimmtes Symbol liest. Das heißt, es gibt nicht den einen eindeutigen Folgezustand, sondern aus dem Zustand kann man bei Lesen eines Symbols in verschiedene Zustände übergehen. Und es kann sogar so sein, dass man ohne Lesen eines Symbols in einen anderen Zustand übergehen kann, also dass es Y-Übergänge gibt. Da würde sich natürlich gleich mal die Frage stellen, was heißt denn dann noch akzeptieren, wenn man ein nicht-deterministisches Berechnungsmodell hat. Beim deterministischen Berechnungsmodell ist das ganz klar, Sie haben Ihren Automaten, es gibt die ausgezeichneten Endzustände und alle Wörter, die vom Anfangszustand in einen Endzustand führen, werden akzeptiert. Und da das eindeutig ist, was passiert, wenn Sie ein Wort lesen, ist das eine ganz klare Sache, was akzeptieren heißt. Bei einem nicht-deterministischen Modell könnte es jetzt so sein, dass Sie, wenn Sie ein bestimmtes Wort eingeben, der Automat nach Abarbeitung des Wortes mal in dem einen, mal in dem anderen Zustand endet. Und da fragt man sich schon, ja wie definiere ich denn dann akzeptieren? Akzeptieren ist so definiert, dass ein Wort genau dann akzeptiert wird, wenn es eine Abarbeitung des nicht-deterministischen endlichen Automaten gibt, bei Lesen dieses Wortes in einem Endzustand endet. Eine gibt, aber es kann viele verschiedene geben, einige enden in Endzuständen. So, jetzt haben wir also diese beiden Modelle erstmal und da stellt sich natürlich die Frage, sind die äquivalent? Sie haben bewiesen, die sind äquivalent. Das heißt, wenn Sie einen beliebigen nicht-deterministischen Automaten hernehmen, können Sie dazu einen deterministischen endlichen Automaten konstruieren, der genau dieselbe Sprache akzeptiert. Die Konstruktion war die sogenannte Potenzmengenkonstruktion. Potenzmengenkonstruktion deshalb, weil Sie beim Übergang von der Zustandsmenge Ihres nicht-deterministischen endlichen Automaten zu einem äquivalenten deterministischen endlichen Automaten als potenzielle Zustandsmenge des deterministischen endlichen Automaten die Potenzmenge der Zustandsmenge nicht-deterministischen endlichen Automaten hernehmen. Und das ist irgendwie klar, dass dabei also irgendwie die Größe von Ihrem Konstrukt explodiert. Potenziell, zumindest kann das vorkommen. Von N Zuständen beim nicht-deterministischen endlichen Automaten können Sie potenziell zu zwei hoch N Zuständen des äquivalenten nicht-deterministischen, äquivalenten deterministischen Automaten kommen. Das behalten wir im Hinterkopf. Da müssen wir uns nochmal mitbeschicken. Aber nachdem Sie also dies bewiesen haben, zu jedem nicht-deterministischen endlichen Automaten gibt es einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten, sind Sie dann zurückgegangen zu dem, was Sie eigentlich zeigen wollten, nämlich, dass es für jede reguläre Sprache einen endlichen Automaten gibt, der diese akzeptiert. Dann war es plötzlich einfach. Man schaut sich einfach an, wie sind reguläre Sprachen aufgebaut und entsprechend dem Aufbau gibt man endliche Automaten an, die genau die entsprechenden Sprachen akzeptieren. Und diese endlichen Automaten, die da konstruiert wurden, die waren nicht-deterministisch, aber das macht nichts. Macht nichts. Den nicht-deterministischen können Sie dann jeweils auch per Potenzmengenkonstruktion einen deterministischen endlichen Automaten bauen. Und nur zur Erinnerung, so sahen die drei Hauptkonstruktionen aus. Ja, also nochmal, jede reguläre Sprache wird von einem deterministischen endlichen Automaten akzeptiert. Wir schauen uns an, wie sind reguläre Sprachen aufgebaut. Sind so aufgebaut und startet mit Anfangssprachen. Ihre Sprache ist regulär und die einelementigen Sprachen sind regulär. Und aus regulären Sprachen können Sie neue reguläre Sprachen bauen. Per Vereinigung, per Produktbildung und per klinischer Abschluss. Endliche Automaten anzugeben für die leere Menge oder einelementige Sprachen ist trivial. Das steht jetzt hier nicht mehr auf der Folie. Und dann müssen Sie einfach induktiv sagen, naja gut, wenn ich endlich Automaten habe zu zwei regulären Sprachen, dann kann ich aus den beiden auch einen bauen für die Vereinigung dieser beiden Sprachen. Produkt dieser beiden Sprachen oder für eine reguläre Sprache kann ich aus dem Automaten für diese reguläre Sprache einen bauen für den klinischen Abschluss. Und diese Automaten, die man da baut, die sahen also so aus. Vereinigung, da muss man ja einfach die beiden Automaten nebeneinander stellen und von einem neuen Startzustand, den man neu dazu nimmt, einfach Epsilon-Übergänge in die Anfangs- oder Startzustände des einen und des anderen zulassen. Das bleibt gleich. Also die Endzustände ist die Vereinigung der Endzustandsmengen der beiden Automaten. Und für das Produkt müssen Sie einfach so etwas hintereinander schalten und für den klinischen Abschluss einfach so einen Zykel einbauen. Aber Sie sehen hier, die sind hochgradig, in Anführungszeichen nicht deterministisch. Sie brauchen hier insbesondere Epsilon-Abschlüsse. Äh, Epsilon. Entschuldigung, Epsilon-Übergänge. Okay, so was bleibt jetzt noch zu tun oder was könnte man sich jetzt noch so alles fragen? Man könnte sich angesichts dieses Satzes insbesondere auch fragen, gilt auch die Umkehrung. Gibt es zu jedem endlichen Automaten eine reguläre Sprache? Die Frage ist, sind die regulären Sprachen genau die Automaten? Der Frage werden wir uns gleich widmen. Ich werde aber noch eine Sache zwischenschalten, die irgendwie zu dieser Potenzmengenkonstruktion gut passt. Wenn Sie sich so nicht-deterministische endliche Automaten angucken, dann drückt sich der Nicht-Determinismus in zwei Dingen aus. In den Epsilon-Übergängen und in den Wahlmöglichkeiten. Und wie ich eben gesagt habe, Sie erinnern sich, diesen Nicht-Determinismus sozusagen wegzukonstruieren, der Potenzmengenkonstruktion, führt zu einer Explosion der Zustandsmenge. Also Sie kriegen sozusagen exponentiell viele Zustände bei dieser Potenzmenge. Und die Frage ist jetzt, kann ich denn allein die Epsilon-Übergänge unterdrücken, ohne dass meine Zustandsmenge stark anwächst? Und dieser Satz hier sagt, ja, das geht. Der Satz sagt, zu jedem nicht-deterministischen endlichen Automaten A mit Epsilon-Übergängen gibt es einen nicht-deterministischen endlichen Automaten, nennen wir den A-Schlange, ohne Epsilon-Übergänge, der äquivalent ist, also dieselbe Sprache akzeptiert und nicht mehr Zustände hat. Also um die Epsilon-Übergänge loszuwerden, brauche ich jetzt keine Erweiterung der Zustände. Das überlegen wir uns mal ganz schnell, das ist wirklich nichts Schwieriges. Es ist, wie gesagt, auch nur gut zu wissen. Schauen wir uns mal hier dieses Beispiel an. Also ein ganz einfacher, kleiner, nicht-deterministischer endlicher Automat mit Epsilon-Übergängen. Also es gibt einen Epsilon-Übergang von S nach T, es gibt einen Epsilon-Übergang vom Zustand U zum Zustand F. Wie kann ich diese Epsilon-Übergänge loswerden? Ja, ich fange mal von hinten an. Also hier habe ich mir so eine Tabelle gemacht mit den Zuständen und wenn ich von hinten anfange, naja gut, ich muss so den Epsilon-Abschluss von den Zuständen bilden und dann die Übergangsfunktion anpassen auf sozusagen die neuen Zustände. Wenn ich den Epsilon-Abschluss von F, von unserem Endzustand hier bilde, dann ist das nichts anderes als F, denn von F nach F, oder von F gibt es keinen Epsilon-Übergang zu irgendeinem anderen Zustand. Beim Lesen von Epsilon bleibe ich hier in F. Und dementsprechend ändert sich hier auch nichts an der Übergangsfunktion. Automat ist sehr klein bewusst, damit wir hier bei der Konstruktion nicht zu viel angucken müssen. Also insbesondere haben wir hier nur ein Symbol. Also das Alphabet enthält nur A. Das heißt, ich muss, wenn ich die neue Übergangsfunktion bilde, auch nur dieses eine Symbol angucken. Also wenn ich jetzt von F aus schauen will, ja, wenn ich jetzt den Epsilon-Abschluss von F betrachte und betrachte, wo komme ich denn da hin bei Lesen von A, muss ich also nur schauen, da der Epsilon-Abschluss von F ist, wo komme ich denn durch Lesen von A hin und muss keine anderen Symbole angucken. Und das ist wieder F. Also hier hinten ist klar, was passiert. So, und jetzt arbeite ich mich nach vorne, gucke mir das U an, gucke mir an, wo komme ich denn durch Lesen von Epsilon von U aus hin, was der Epsilon-Abschluss von U. Ja, entweder komme ich durch Lesen von Epsilon von U nach U, also bleibe bei U, oder weil es einen echten Epsilon-Übergang zu F gibt, komme ich zu F. Das heißt, der Epsilon-Abschluss von U ist U, F. Und jetzt muss ich mir nur angucken, und wo komme ich hin, wenn ich von U aus A lese. Kann ich erst mal Epsilon lesen und dann A lesen? Oder angucken, was passiert, wenn ich von U aus direkt A lese? Wir haben uns ja gesagt, dass wir bei nicht-deterministischen endlichen Automaten nur die echten Übergänge, die es gibt, hinmalen. Und hier gibt es nur einen Übergang bei Lesen von Epsilon. Wenn ich aus Epsilon sozusagen loswerden will, muss ich also jetzt den Epsilon-Abschluss von U angucken und gucken, wo führt mich die Übergangsfunktion denn hin vom Epsilon-Abschluss von U aus, wenn ich A lese. Und das ist hier F. Und dann arbeite ich mich weiter vor. Ich gucke mir T an. Der Abschluss von T ist T. Von T aus gibt es keinen weiteren Epsilon-Übergang. Lesen von A führt mich von T aus nach U. Aber von U aus komme ich auch mit Epsilon nach F. Das heißt also, vom Epsilon-Abschluss von T aus komme ich bei Lesen von A nach U und nach F. Sozusagen bei der Sache hier habe ich als echten Übergang für meinen Automaten, bei denen die Epsilon-Übergänge unterdrückt wurden, von U bei Lesen von A diesen hier entdeckt. Deshalb ist er hier jetzt grün eingezeichnet. Und hier habe ich jetzt entdeckt, naja gut, das gab es vorher schon und das hier gibt es noch als direkten Übergang bei Lesen von A von T aus, wenn ich hier sozusagen diesen Epsilon-Übergang einbeziehe, um ihn dann nicht mehr sozusagen zu verwenden. Das heißt, hier habe ich diesen echten Übergang von T nach F beim Lesen von A entdeckt. So und jetzt gehe ich eben wieder eins vor, gucke mir S an, den Epsilon-Abschluss von S, das ist St, von S aus kann ich durch Lesen von Epsilon bei S bleiben oder zu T kommen und dann der entsprechende Übergang bei Lesen von A, wäre, ich komme nach U und von U aus komme ich ja auch nach F. Das heißt also Delta Epsilon-Abschluss von S, Komma A ist U, F. So und das heißt insgesamt, ich habe diese grünen Übergänge sozusagen ermittelt durch sozusagen unterdrückende Epsilon-Übergänge. Was ich also bekomme jetzt ist folgender nicht-deterministischer endlicher Automat, der dasselbe kann wie der, den ich vorher auf der Folie hatte, der aber keine Epsilon-Übergänge mehr hat. Der hat die gleiche Anzahl von Zuständen. Weil ich mache hier so eine Art Potenzmengenkonstruktion, nur für jeden Zustand kommt dann nur eine Menge von Zuständen rein, der Epsilon-Übergang des Zustands, sonst nichts. Und die kann ich dann wieder gleichsetzen. Und das machen wir jetzt einfach formal in diesem Beweis. Also ich habe so einen endlichen Automaten A, der ist nicht-deterministisch, der hat Epsilon-Übergänge und dazu baue ich jetzt A-Schlange neuen nicht-deterministischen endlichen Automaten, der keine Epsilon-Übergänge hat und das mache ich wie folgt. Ja, erstmal bei der Zustandsmenge, da kann ich im Wesentlichen dieselbe Menge nehmen. Ich muss allerdings bei den Endzuständen aufpassen. Sie können über Epsilon-Übergänge von einem Nicht-Endzustand in einen Endzustand kommen, in Ihrem nicht-deterministischen endlichen Automaten mit Epsilon-Übergängen. Und wenn ich die Epsilon-Übergänge sozusagen unterdrücke durch die Konstruktion, die wir eben im Beispiel hatten, heißt das also, dass Sie Zustände, die vorher nicht Endzustände waren, als Endzustände interpretieren müssen. Weil die entsprechende Menge, die dazu gehört, der Epsilon-Abschluss, einen Endzustand enthält. Und deshalb definieren wir Q-Schlange so, dass wir aus Q F rausnehmen und eine neue Endzustandsmenge F-Schlange definieren. Und das soll gerade die Menge der Zustände sein, deren Epsilon-Abschluss einen Nicht-leeren-Schlitt mit der Zustandsmenge hat für den Ausgangsautomaten. Hier im Beispiel, haben wir das noch nicht eingezeichnet, da hier der Epsilon-Abschluss von U F enthält, ist das hier auch ein Endzustand mit dem neuen Automat. Der Startzustand bleibt der gleiche und die Übergangsfunktion ist jetzt klar. Im Prinzip nehme ich, wenn ich die Schlange von Q,A bilde, den Epsilon-Abschluss von Q und schaue, wo komme ich denn durch Lesen von A von da aus hin. Und ich muss natürlich für den Fall, dass A gleich Epsilon ist noch den Übergang definieren. Nun in unserem endlichen Automat ohne Epsilon-Übergänge bleibt man im Zustand stehen. Das heißt also, Delta-Schlange von Q,A ist einfach Q, wenn A Epsilon ist und ist ansonsten Delta, die Übergangsfunktion unseres Ausgangsautomaten von Epsilon-Abschluss von Q,A. That's it. So, und auf die Art bekommen Sie nicht mehr Zustände und die Sprache, die akzeptiert wird, ist auch dieselbe, per Konstruktion. Also das ist keine schwierige Sache, aber es ist gut zu wissen, dass das sozusagen Loswerden von Epsilon-Übergängen bei einem nicht-deterministischen endlichen Automat noch nicht zu so einer Zustand, zu einem Anwachsen der Zustandsgrenze führt. Das kommt erst rein, wenn Sie die Wahlmöglichkeiten sozusagen loswerden wollen. Okay. Jetzt aber zu der wichtigeren Frage, die wir eben gestellt haben. Wie ist das denn, wenn ich jetzt einfach einen endlichen Automaten habe? Was ist denn die Eigenschaft der entsprechenden Sprache? Also wir haben schon festgestellt, zu den regulären Sprachen gehören die endlichen Automaten, in dem Sinne, dass ich zu jeder regulären Sprache einen endlichen Automaten angeben kann, der diese akzeptiert. Und das ist jetzt sozusagen die Umkehrung. Kann ich auch für jeden endlichen Automaten eine entsprechende reguläre Sprache angeben, die genau die ist, die von dem endlichen Automaten akzeptiert wird? Also insgesamt heißt das dann, wenn der Satz auch stimmt, die regulären Sprachen, das sind genau die Sprachen von endlichen Automaten akzeptiert werden. Also, wir wollen beweisen, jede Sprache, die von einem endlichen Automaten erkannt wird, ist regulär. Und wenn das keine Rolle spielt, ob wir es jetzt mit dem deterministischen oder nicht deterministischen endlichen Automaten zu tun haben, sagen wir das auch nicht dazu. Da wir jetzt wissen, deterministische und nicht deterministische endliche Automaten sind äquivalent, können dasselbe, ist das bei der, sozusagen bei dem Satz jetzt auch nicht relevant, zuzusagen, dass es für jede Sprache, die von einem deterministischen oder von einem nicht deterministischen endlichen Automaten erkannt wird, dass jede solche Sprache regulär ist. Ja, das müssen wir beweisen. Wie beweist man sowas? Naja, jetzt starten wir von einem endlichen Automaten und wir müssen jetzt sozusagen die Sprache, die von dem endlichen Automaten akzeptiert wird, so beschreiben, dass man der Beschreibung ansieht, dass diese Sprache regulär ist. Das heißt, die Beschreibung sollte möglichst Beschreibung durch einen regulären Ausdruck sein. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir das systematisch machen könnten, so dass wir, wenn wir jetzt mal in Zukunft irgendeinen endlichen Automaten vorgelegt bekommen, nicht nur durch, ich sage mal, scharfes Hinsehen so versuchen können, irgendwie zu sagen, welche Sprache das ist, die von dem Automaten akzeptiert wird, sondern wirklich, dass wir durch eine Konstruktion diese Sprache auch aufbauen können. Es ist hier ganz praktisch, bei einem deterministischen endlichen Automaten zu starten. Diese Konstruktion wird so sein, dass Sie aus dem deterministischen endlichen Automaten einen regulären Ausdruck bauen können, der die Sprache beschreibt, die von diesem deterministischen endlichen Automaten akzeptiert wird. Wenn Sie einen nicht deterministischen endlichen Automaten vorgelegt bekommen, müssen Sie möglicherweise erstmal diesen Umweg gehen, per Potenzmengenkonstruktion einen deterministischen endlichen Automaten ausbauen und dann die Konstruktion, die hier im Beweis kommt, anwenden, um zur regulären Sprache zu kommen. Was wir machen müssen ist, wir müssen zeigen, dass die Sprache, die von dem DAA akzeptiert wird, regulär ist. Was ist die Sprache, die von dem DAA akzeptiert wird? Das ist die Menge all der Worte aus Sigma Stern, deren Abarbeitung von S in einen Endzustand führt. Also L gleich Menge aller W aus Sigma Stern, A endet nach Abarbeitung von W in einem Zustand aus der Menge F. So können wir diese Sprache L von A beschreiben. der Beschreibung sieht man jetzt noch nicht an, dass das eine reguläre Sprache ist, wir müssen jetzt die Arbeitsweise des endlichen Automaten irgendwie benutzen. Dafür gucken wir uns mal an, wie so eine Abarbeitung eines Wortes aussieht. Bei einem Wort W gleich A1 bis AK, also irgendein Wort der Länge K aus Sigma Stern, passiert folgendes, das erste Symbol führt uns vom Startzustand aus in einen anderen Zustand, anders, der muss nicht verschieden sein, das nächste Symbol wieder in den Zustand, das nächste Symbol wieder in den Zustand und so weiter. Also A1 bis AK führt uns irgendwie von dem ersten Zustand S zu einem weiteren Zustand, zum weiteren Zustand, zum weiteren Zustand und so weiter. Also Abarbeitung von A1 bis AK bewirkt das Durchlaufen von Zuständen S, Q1, Q2, Q3 und so weiter bis QK und diese Zustände, die müssen nicht verschieden sein. Bei der Abarbeitung kann das schon irgendwie mal so im Kreis gehen. So und wir suchen jetzt, wir interessieren uns für die Wörter, die akzeptiert werden von dem endlichen Automaten, wo uns A1 bis AK also in ein QK führt, Endzustand ist. Wir suchen die Wörter, sodass der letzte Zustand in F ist. So und jetzt ist der erste Schritt, wir reduzieren jetzt so ein bisschen die Sprache, die wir beschreiben wollen, auf Teilsprachen. Wo wir Teilsprachen angelangt sind, die wir so beschreiben können, dass man sieht, die sind regulär. Und unsere Reduzierung ist so, dass man von denen dann aber auch zur Ausgangssprache kommt, durch nur sowas wie Vereinigung oder Produktbildung oder klinische Abschlussbildung. Und das allererste, was wir machen können, ist, dass wir einfach getrennt für jeden Endzustand nachschauen, wie sieht denn die Sprache aus, die aus den Worten besteht, die deren Abarbeitung uns in diesem bestimmten Endzustand führen. Wenn wir für jede dieser Sprachen, also wir gehen alle Endzustände aus F durch, wenn wir für jede dieser Sprachen eine reguläre Beschreibung, regulären Ausdruck angeben können, dann ist auch die Vereinigung dieser Sprachen regulär, das heißt, dann ist die Sprache, die uns interessiert, auch regulär. Also wir brauchen eigentlich nur LF anzugucken. Hier steht es auch. Zu F Endzustand definiere LF als die Menge der Wörter aus Sigma Stern A endet nach Abarbeitung dieses Wortes in F klein F. Und die kann ich auch anders hinschreiben, die Menge der Wörter aus W aus Sigma Stern W überführt S in F im Automaten A. Das ist jetzt irgendwie so ganz wichtig. Wir schauen uns jetzt wieder an, was passiert bei der Abarbeitung. Das werden da an Zwischenzustände durchlaufen. Wir versuchen danach das Ganze nochmal aufzuspalten. Also wenn wir all diese LF für alle F aus klein F aus groß F haben, dann ist ja die Sprache, die uns interessiert, gerade die Vereinigung über klein F aus groß S F LF und wenn diese klein F regulär sind, dann ist auch diese Vereinigung regulär. das L klein F Menge der Wörter aus Sigma Stern W überführt S in klein F in dem Automaten A. Jetzt geht es ans wirkliche Konstruieren. Jetzt nummerieren wir unsere Zustände einfach durch, irgendwie. Q1 bis QN. Unser Automat habe N Zustände, nennen wir die Q1 bis QN. und dann definieren wir für jedes Zustandspaar QR QT die Sprache QR LQR QT als die Sprache der Wörter Sigma Stern die von QR nach QT führen. Das sind jetzt allgemeinere Sprachen als die Sprache zu dem Automat. Einfach nur die Wörter die von einem Zustand den wir QR nennen zu einem Zustand den QT nennen führen. Das für alle Zustandspaare egal ob es Endzustände oder nicht Endzustände ist. Schauen wir uns mal die an. Wenn wir die alle als reguläre Sprachen durch reguläre Ausdrücke beschreiben können, dann wissen wir insbesondere auch, dass die Sprache LF die uns hier interessiert regulär ist. Nämlich die ist eine von der Sorte. Die ist nämlich so geschrieben L unten klein S comma klein f. Also QR ist S QT ist klein f. Und diese LQR QT für beliebige Zustandspaare QR QT die unterteilen wir jetzt noch weiter. LQR QT das sind einfach die Wörter die von QR nach QT führen in A über irgendwelche Zwischenzustände. Jetzt machen wir dieses irgendwelche Zwischenzustände ein bisschen spezifischer und sagen wir gucken systematisch an welche Zustände wir als Zwischenzustände erlauben. Und dafür ist diese Nummerierung wichtig. Wir haben die irgendwie nach irgendeiner Reihenfolge durchnummeriert die Zustände in Q1 bis QN und jetzt schauen wir sozusagen als potenzielle Zwischenzustände an nur Q1 oder Q1 Q2 oder Q1 Q2 Q3 oder Q1 bis QI für alle Möglichkeiten was I sein kann also auch bis zu QN hin. Also wir definieren jetzt nochmal als eine Teilsprache von LQR QT LQR I QT und das soll die Menge der W aus Sigma Stern sein für die gilt Abarbeitung von W ausgehend von QR führt nach QT aber dazwischen werden nur Zustände aus Q1 bis QI durchlaufen. Also wir gucken sozusagen von unserer Zustandsmenge Q1 bis QN immer diese Anfangsstücke an für alle I und sagen nur die sollen erlaubt sein als Zwischenzustände Also hier haben wir jetzt eine ganze Menge von Sprachen alle möglichen Paare QR QT kommen hier in Frage und als Zwischenzustände für jedes I jeweils die Menge Q1 bis QI also anders ausgedrückt oder mal hingemalt also B ist in QR I QT wenn W also folgendes bewirkt bei Abarbeiten von W kommen wir von QR nach QT und dazwischen durchlaufen werden nur Zustände aus Q1 bis QI Wenn wir diese Sprachen alle durch reguläre Ausdrücke beschreiben können dann können wir auch folgende Sprache durch einen regulären Ausdruck beschreiben die Sprache die wir hier LQR QT genannt haben die ist nämlich in der Schreibweise nichts anderes als LQR N QT also das N steht für alle Zustände Q1 bis QN sind als Zwischenzustände wenn die regulär ist also wenn die alle regulär sind dann ist auch die regulär wenn die regulär ist dann ist auch unser LSF regulär und dann ist auch unsere Vereinigung über alle Endzustände LF so und an die hier kommen wir jetzt von unten ran indem wir erstmal gar keinen Zwischenzustand erlauben dann nur Q1 als Zwischenzustand erlauben dann nur Q1 Q2 und so weiter und das Prinzip das hier angewendet wird ein algorithmisches Prinzip das sie kennen ist ein Prinzip der dynamischen Programmierung wir fangen so bei 0 an dann 1 weiter und dann irgendwann mal allgemein wie können wir LQR I plus 1 QT ausdrücken indem wir LQR I plus 1 QT zurückführen auf irgendwelche LQR I QT also wir zeigen LQR I QT ist für beliebige zustandsbare QR QT aus Q und beliebiges I zwischen 1 und N regulär und das machen wir systematisch von unten wir betrachten zunächst direkte Übergänge also I gleich 0 also kein Zwischenzustand ist erlaubt also per sozusagen Definition ist LQR 0 QT die Menge der Worte die von QR nach QT führt ohne überhaupt einen Zwischenzustand zu benutzen Abarbeitung von W führt von QR nach QT ohne Zwischenzustand jetzt gibt es zwei Fälle entweder das R ist gleich T oder das R ist ungleich T wenn R gleich T ist dann ist also QR gleich QT dann ist LQR 0 QT die Menge der Symbole für die gilt Delta QTA ist wieder QT das QR ist ja gleich QT also alle Symbole die vom Zustand zu sich selbst führen und und deshalb ist das jetzt wichtig dass wir hier genau hingucken natürlich Epsilon Epsilon kommt hier jetzt rein denn bei dem Zustand bleiben das ist ja nichts anderes als das was wir hier betrachten tun wir auch indem wir Epsilon lesen also für R gleich T oder QR gleich QT ist LQR 0QT Menge der Symbole A aus Sigma Delta QT A ist QT vereinigt mit Epsilon und jetzt ansonsten wenn QR und QT verschieden sind betrachten wir alle Wörter für die gilt Delta QR W ist QT ohne dass irgendein Zwischenzustand benutzt wurde also LQR 0QT für QR ungleich QT ist ja dann nichts anderes als die Menge der Symbole längere Wörter können da nicht vorkommen weil wir keine Zwischenzustände benutzen dürfen Menge der Symbole A aus Sigma Delta QR A ist genau QT ganz einfach das ist sozusagen unser Induktionsanfang und nur um es mal festzuhalten diese Sprachen die sind regulär sind ja einfach Vereinigungen von ein elementigen Sprachen die sind regulär so und mit denen bauen wir jetzt systematisch LQR 1QT LQR und so weiter bis LQR I QT für beliebiges also nochmal Konstruktion jetzt auch richtig zu verstehen von I nach I plus 1 gucken wir uns I gleich 1 an von 0 auf 1 sozusagen also LQR 1QT ist die Menge der Wörter aus Sigma Stern W überführt von QR nach QT und dabei darf nur Q1 verwendet werden das heißt entweder direkt sogar ohne Q1 zu verwenden oder nur in Verwendung von Q1 direkt hier mal genauer aufschreiben direkt von QR nach QT ohne Zwischenzustand führt uns genau die Sprache LQR 0QT das ist ja die Sprache der Wörter die von QR nach QT führt ohne irgendeinen Zwischenzustand zu verwenden und jetzt zisseln wir auseinander was passiert wenn wir von QR nach QT kommen und dazwischen tatsächlich Q1 verwenden diese 1 sagt ja wir dürfen höchstens Q1 als Zwischenzustand ja wie sehen denn die Worte aus das sind Worte die führen uns von QR nach Q1 möglicherweise dann kommen dann hängen da dran Worte die uns von Q1 nach Q1 führen und irgendwann geht es dann weiter direkt nach QT das ist das einzige was passieren kann wenn man nur Q1 als Zwischenzustand verwenden das heißt also LQR1QT ist LQR0QT vereinigt mit LQR0Q1 die Sprache die uns ohne Zwischenzustand von von QR von Q1 führt mal LQ1 0Q1 Stern die Sprache die uns von Q1 nach Q1 führt nur über Q1 ohne Zwischenzustand mal Q1 0QT die Sprache die uns von Q1 nach QT führt ohne Zwischenzustand das Schöne ist die Art und Weise wie wir die Sprache beschreiben können entspricht wieder einem regulären Ausdruck kommt nur Konkatenation oder Mal also Produkt der Sprachen und klinischer Abschluss vor das heißt also insgesamt ist dieses LQR1QT auch wieder regulär wenn die hier alle regulär sind und von denen wissen wir das ja schon das war sozusagen unser Anfang so und jetzt allgemein können wir also LQR I plus 1 QT nach dem selben Schema zurückführen auf LQR I QT für beliebige Paare QR QT und beachte QR oder QT kann auch QI plus 1 sein wenn wir hier in der Mitte einschränken dann betrifft das nur die Zwischenzustände das heißt also LQR I plus 1 QT können wir beschreiben als LQR I QT das sind die Wörter die von QR nach QT führen nur unter Benutzung von Zuständen aus Q1 bis QI und die Sprache die uns von QR nach QT führt unter Benutzung von zusätzlich QI plus 1 und die können wir aufspalten in die Sprache die uns von QR nach QI plus 1 führt nur unter Benutzung von Zuständen aus Q1 bis QI mal der Sprache die uns von QI plus 1 zu QI plus 1 führt nur unter Benutzung von Zuständen aus Q1 bis QI und davon den klinischen Abschluss mal der Sprache die uns von QI plus 1 nach QT führt nur unter Benutzung von Q1 bis QI fertig das heißt also jede dieser Sprachen für beliebiges I können wir und die Zustandspaare falsch schreibe ich jetzt gar nicht mehr hin dafür schreibe ich hier nur so einen Punkt hier vorne und hier hinten hin jede beliebige Zustandspaare haben wir gezeigt dass die entsprechende Sprache bei der nur Zwischenzustände 1 bis I plus 1 verwendet werden aufgebaut werden kann durch diese Sprachen die nur Zwischenzustände aus Q1 bis QI verwenden nur unter Benutzung von Vereinigung Produktbildung und klinischer Abschluss von Sprachen das heißt also wenn die regulär sind dann sind die auch regulär und im Prinzip haben wir hier eine Induktion gemacht wir haben also per Induktion gezeigt dass alle diese Sprachen für alle I plus 1 zwischen 1 und N regulär sind für beliebige Zustandspaare und damit gilt besonders die sind auch regulär für die Zustandspaare SF F ist ein Endzustand und damit haben wir im Prinzip das bewiesen was wir beweisen wollen also der Beweis ist hier fertig der Beweis ist algorithmisch die Konstruktion ist nichts anderes als dynamische Programmierung wenn man die wirklich anwendet bei einem auf einen deterministischen endlichen Automaten der nicht klein ist dann ist das mühselig aber das Prinzip ist ganz einfach und wenn sie das zwei dreimal angewendet haben dann werden sie das aus dem FF können wir gucken es jetzt einfach mal an ein ganz kleines Beispiel damit das überschaubar bleibt nämlich wir gehen von folgendem deterministischen endlichen Automaten aus der Automat hat zwei Zustände S und Q S ist gleichzeitig auch Endzustand und die Übergangsfunktion ist von S kommt man durch Lesen von 0 oder 1 nach Q und von Q kommt man durch Lesen von 0 oder 1 nach S hier sieht man auch dem Automaten schon an welchen Sprache der akzeptiert beliebige Wörter über 0 1 die gerade Länge haben die Frage ist aber wie können durch einen regulären Ausdruck beschreiben und vor allem die Systematik wie können wir diesen regulären Ausdruck systematisch aufbauen wir nummerieren die Zustände durch also die nennen wir jetzt nicht mehr S und Q sondern die nennen wir Q1 und Q2 Alphabet ist 0 1 Endzustand ist S und gesucht ist also jetzt die Sprache zu dem Automat und welche ist das nach unserer Systematik das ist die Sprache der Wörter die von Q1 nach Q1 führt unter Benutzung von beliebigen Zwischenzuständen und da wir nur zwei haben ist das also unter Benutzung von Zuständen aus der Zustandsmenge Q1 Q2 nach unserer Schreibweise ist das nichts anderes als LQ1 2 Q1 also das erste Q1 steht für Startzustand S das zweite Q1 steht für Endzustand was hier jetzt auch S ist und 2 steht für Q1 Q2 und die bauen wir von unten auf indem wir erstmal die in der Mitte steht 0 aufbauen und dann die wo in der Mitte steht 1 und darauf können wir dann LQ1 2 1 drauf aufbauen also erstmal für beliebige Zustandspaare QI QJ LQI QJ und dazwischen darf gar kein Zwischenzustand verwendet werden erstmal wenn I und J gleich sind dann ist das Epsilon also von S nach S können wir nur durch gar nichts lesen und von Q nach Q kommen wir nur durch gar nichts lesen also LQI 0QI ist Epsilon und dann interessiert uns noch LQI 0QJ also wie kommen wir von QI nach QJ QI ist ungleich QJ ohne einen Zwischenzustand also LQI 0QJ IJ aus 1 2 I ungleich J also wie kommen wir von da nach da ohne Zwischenzustand und wie kommen wir von da nach da ohne Zwischenzustand von da nach da ohne Zwischenzustand kommen wir durch Lesen von 0 oder 1 und von hier nach hier kommen wir auch durch Lesen von 0 oder 1 das heißt also LQI 0QJ diese Sprachen das sind ja jetzt bei verschiedenen nämlich LQ1 0Q2 und LQ2 0Q1 sind jeweils 0 vereinigt ein reguläre aus beschreibt es einfach so und jetzt geht es los mit dem Aufbau unter Benutzung von den Sprachen erstmal für QI QJ ist jeweils Q1 also LQ1 1Q1 führen wir nach dem Schema zurück auf Sprachen wo in der Mitte 0 steht nämlich das ist LQ1 0Q1 vereinigt LQ1 0Q1 LQ1 0Q1 Stern mal LQ1 0Q1 so und dann müssen wir für die hier einfach nur nachgucken das steht jeweils die Sprache hier oben das ist nämlich jeweils Epsilon also das ist Epsilon das ist Epsilon oder Sprache die nur Epsilon enthält das hier und das hier bleibt Epsilon da ist also LQ1 1Q1 ist nichts anderes als Sprache die nur Epsilon enthält dann tun wir das Paar QI QJ an mit I gleich 1 J gleich 2 also die Sprache LQ1 1Q2 einfach stupide zurückgeführt auf die Sprachen wo hier eine 0 steht die passenden ist ja nichts anderes als LQ1 0Q2 vereinigt mit ja wir kommen von Q1 nach dem neuen Zwischenzustand den wir erlauben nämlich Q1 ohne Zwischenzustand wir kommen von dem Zustand ohne Zwischenzustand in den Zustand selber wir kommen von dem Zwischenzustand ohne Zwischenzustand nach Q2 also es ist einfach LQ1 0Q1 mal LQ1 0Q1 Stern mal LQ1 0Q2 und für die gucken wir einfach hier nach hier oben LQ1 0Q2 steht hier ist 0 vereinigt 1 dann LQ1 0Q1 steht hier ist Epsilon LQ1 0Q1 Sternchen Epsilon Stern LQ1 0Q2 sehen wir hier ist 0 1 also das Ganze ist die Sprache 0 vereinigt 1 vereinigt Epsilon Epsilon Sternchen mal 0 vereinigt 1 das ist nichts anderes als 0 vereinigt 1 so dann das nächste Paar das wir angucken das nächste Paar QI QJ ist jetzt Q2 Q1 und wir nehmen neu hinzu als erlaubten Zwischenzustand Q1 also LQ2 1Q 1 wird genauso systematisch aufgebaut das ist LQ2 0Q1 steht hier vereinigt LQ2 0Q1 mal hier mal LQ1 0Q1 Sternchen Epsilon Stern mal LQ1 0Q1 das Epsilon das heißt also insgesamt ist das 0 vereinigt 1 vereinigt 0 vereinigt 1 mal Epsilon Stern mal Epsilon nichts anderes als 0 vereinigt 1 so und jetzt das letzte mit Q1 ist neu als Zwischenzustand erlaubt Q2 1 für das Zustandspaar Q2 Q2 also LQ1 Q2 1 Q2 also erstmal von Q2 nach Q2 ohne Zwischenzustand Epsilon dann von Q2 nach Q2 und Q1 sorry von Q2 nach Q1 und Zwischenzustand 0 vereinigt 1 mal von Q1 nach Q1 klinischer Abschluss ist Epsilon Stern und dann von Q1 nach Q2 ist wieder 0 vereinigt 1 das heißt also diese Sprache ist nichts anderes als Epsilon vereinigt 0 vereinigt 1 mal 0 vereinigt so und jetzt können wir zu allen möglichen Zwischenzuständen übergehen also wir erlauben zusätzlich noch Q2 als Zwischenzustand und da brauchen wir nicht alle möglichen Sprachen zu betrachten also nicht alle Zustandspaare QI QJ sondern nur das Zustandspaar das es hier gibt Anfangszustand zu Endzustand wir haben ja nur einen Endzustand also ist das nur ein Zustandspaar und da Anfangs- und Endzustand gleich ist ist das also und zwar Q1 ist das also die Sprache LQ1 2Q1 wenn wir die jetzt unter Benutzung von den Sprachen beschreiben können dann sind wir fertig da haben wir unser L beschrieben so und LQ1 2Q1 ist ja nichts anderes als LQ1 1Q1 vereinigt LQ1 1Q2 also wir dürfen neu nach Q2 gehen nur unter Benutzung von Q1 mal wir dürfen bei Q2 bleiben ohne Benutzung von Q2 also nur unter Benutzung von Q1 das ist LQ2 1Q2 Stern wir dürfen von Q2 nach Q1 kommen nur unter Benutzung von Q1 das ist LQ2 1Q1 so und die lesen wir alle hier ab die stehen hier irgendwo das ist nichts anderes als hierfür kriegen wir Epsilon vereinigt 0 1 mal hier in der Mitte haben wir 0 1 0 vereinigt 1 mal hier in der Mitte haben wir 0 vereinigt 1 mal 0 vereinigt 1 in Klammern Sternchen mal 0 vereinigt 1 so wenn wir jetzt das Epsilon da vorne mal außen vor lassen und nur das hier angucken das ist die Sprache von Worten die bestehen aus 0 und 1 aber hier dürfte wegen dem 0 vereinigt 1 am Anfang und dem 0 vereinigt 1 hier 0 vereinigt 1 am Schluss das leere Wort nicht vor da kommt das leere Wort nicht vor ja nur das hier betrachtet aber da hier vorne auch noch das leere Wort hinzu kommt können wir diese ganze Sprache wieder schreiben als 0 vereinigt 1 mal 0 vereinigt 1 in Klammer Sternchen so und diesem regulären Ausdruck sieht man natürlich jetzt an dass der genau die Worte über 0 1 beschreibt die gerade Länge haben aber das heißt da muss ein 0 eine 0 oder eine 1 kommen gefolgt von nochmal eine 0 oder eine 1 und das dann beliebig oft okay so das schon mal jetzt zu betonen was wir insgesamt haben im Zusammenhang mit endlichen Automaten und regulären Sprachen nochmal der Satz die von endlichen Automaten akzeptierten Sprachen sind genau die regulären Sprachen wir haben beide Richtungen getrennt bewiesen und dieser Satz das ist der Satz von Klinie ja der ist also wichtig ja okay so okay also die die von endlichen Automaten beschriebenen Sprachen akzeptierten Sprachen sind genau die regulären Sprachen da kann man jetzt die Frage stellen und was können die denn nicht also was sind die was ist sozusagen die Grenze dieses Berechnungsmodells endliche Automat gibt es irgendwo Sprachen in der Welt die von endlichen Automaten nicht akzeptiert ganz grundlegende Frage kann man natürlich jetzt auch anders stellen kann man kann man auch so stellen dass man sagt gibt es nicht reguläre Sprachen die Antwort ist klar das wissen sie auch aus GBI die Antwort ist ja natürlich endliche Automaten sind gewisserweise beschränkt was wir gerne hätten wäre ein Werkzeug um für eine Sprache zu beweisen sie ist keine reguläre Sprache oder sie kann nicht von einem endlichen Automaten erkannt werden das wäre schön aber erst mal vorne weggeschaltet also was sind Sprachen die nicht von endlichen Automaten erkannt werden können und woran liegt das wissen das aus GBI dass die Sprache der korrekten Klammerausdrücke nicht von endlichen Automaten erkannt wird korrekter Klammeraufdruck naja gut ein Ausdruck über dem Alphabet Klammerauf Klammerzu der interpretiert als Klammerausdruck wirklich korrekt ist das heißt also sie haben zu jeder Klammerauf später auch eine Klammerzu und sie haben auch zu keinem Zeitpunkt mehr Klammerzu als Klammerauf wenn sie von vorn nach hinten das sind korrekte Klammerausdrücke das hier ist kein korrekter Klammerausdruck weil diese Klammerauf nicht mehr geschlossen wird zum Beispiel das andere scheint mehr in Ordnung zu sein das heißt also Klammerung ist genau korrekt wenn erstmal gleich viele öffnende wie schließende Klammern vorkommen aber außerdem wenn man das Wort den Ausdruck von links nach rechts liest es nie mehr Klammerauf als nie mehr Klammerzu als Klammerauf bis dahin gibt so jetzt ein endlicher Automat der das erkennt der muss also für beliebig lange Ausdrücke nachhalten können wie viele Klammern von denen die beöffnet wurden sind dann schon geschlossen worden das können beliebige Konstellationen sein die sich auch im Prinzip voneinander unterscheiden der braucht also sowas wie so ein unendliches Gedächtnis unendlich verschiedene Situationen also echt verschiedene Situationen muss der erkennen können und das ist jetzt sozusagen die Handwaving Argumentation warum endliche Automaten korrekte Klammerausdrücke nicht erkennen können weil endliche Automaten nur ein endliches Gedächtnis haben Gedächtnis sozusagen als Menge der Zustände aufgefallen können ja umgekehrt wenn Sie so einen endlichen Automaten angucken sozusagen die Zustände die sind diejenigen die eine bestimmte Situation für eine bestimmte Situation stehen kann man interpretieren als Gedächtnis endliche Automaten heißen endlich weil sie nur eine endliche Zustandsmenge haben wenn sie aber unendlich viele verschiedene Situationen auseinander halten können sollen dann müssten sie unendlich viele Zustände haben wie gesagt das ist die Handwaving Argumentation und wir hätten gerne sozusagen einen Satz Lämmer das wir anwenden können um zum Beispiel für die Sprache der korrekten Klammerausdrücke nachzuweisen dass sie nicht regulär ist dann automatisch heißt dazu gibt es keinen endlichen Automaten und der Satz mit dem man das machen kann ist das sogenannte Pumping Lämmer Pumping Lämmer heißt Pumping Lämmer Pumping für Pumpen weil ja da was vorkommt wo Worte aufgepumpt werden und wir gucken uns das Lämmer mal genauer an das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber eigentlich gar nicht schwer wenn man mal verstanden hat was dahinter ist das Lämmer beschreibt eine Eigenschaft regulärer Sprachen und zwar sagt das sei L eine reguläre Sprache also wenn wir eine reguläre Sprache betrachten dann gilt folgendes dann existiert eine Zahl n sodass für jedes Wort aus der Sprache das länger ist als n eine Darstellung existiert die so aussieht Wort kann hingeschrieben werden als uvx mit Anfangsteil uv ist nicht länger als n kleiner gleich länge ist kleiner gleich länge von uv ist kleiner gleich n und v ungleich leer sodass jedes Wort das ich bekomme indem ich v entweder weglasse oder beliebig oft hintereinander schreibe in der Mitte von dem Wort wieder in l also sodass auch u v hoch i x wieder für alle i aus n 0 also für eine reguläre Sprache gilt es gibt so eine Zahl n sodass ich jedes Wort das länger ist als dieses n darstellen kann als uv x uv ist kleiner gleich n v ist ungleich leer sodass uv hoch i x für beliebiges i also auch ux oder u v quadrat x oder u v hoch 1000 x wieder in der Sprache ist sowas wie irgendwie ab einer gewissen Wortlenke sind die Worte einer Sprache so dass sie irgendwelche Wiederholungen drin haben so das beweisen wir jetzt eine reguläre Sprache so und jetzt benutzen wir das was wir insgesamt bewiesen haben dass die regulären Sprachen genau die Automaten Sprachen sind wir benutzen nämlich dass dazu einen endlichen Automaten gibt der die Sprache akzeptiert und ich habe ja eben gesagt diese Begrenztheit von endlichen Automaten die liegt daran dass sie eine endliche Anzahl von Zuständen haben das heißt wenn Worte abgearbeitet werden können von einem Automaten aber beliebig lang werden können dann muss da irgendwas immer wieder durchlaufen werden in dem Automat das hier bezieht sich auf Wörter die sehr lang werden größer als Länge haben die größer als n ist wenn jetzt das n für unseren Beweis suchen dann werden wir wahrscheinlich da irgendwo im Umfeld der Anzahl der Zustände unseres Automaten fündig der Satz ist genau so formuliert dass wir mit n gleich Anzahl der Zustände des Automaten prima hinkommen also unsere Sprache ist regulär unsere Ausgangssprache wir nehmen einfach den zugehörigen endlichen Automaten her und sagen wir definieren schon mal das n das es hier nach dem Satz geben soll als Anzahl Zustände des Automaten und jetzt gucken wir ein Wort an aus unserer regulären Sprache das länger ist als n also wir gucken so ein w an länge von w größer n das w sieht dann irgendwie so aus a1 und so weiter an und so weiter bis am das ist so ein a1 bis am m echt größer als n das n-te Symbol ist hier irgendwo und jetzt gucken wir uns mal an was passiert wenn unser endlicher Automat dieses Wort abarbeitet also das Wort hat eine Länge größer n das sieht so aus a1 bis am das heißt wenn der Automat das Wort abarbeitet dann werden irgendwelche Zwischenzustände oder Zustände Q0 bis Qm durchlaufen wobei diese Zustände nicht alle verschieden sind die können sogar nicht alle verschieden sein weil m größer n ist das heißt irgendwo und wenn das Wort akzeptiert wird dann ist das Qm insbesondere in F aber wenn das m größer als n ist dann muss irgendwo mal ein Zustand zum ersten Mal wieder durchlaufen werden also irgendwann kommen wir zum Zustand wieder zurück gucken wir uns einfach mal so eine Situation an das sind also Zustände QI QJ in dieser Folge ja eigentlich gleich sind die Indizes I und J sind verschieden entsprechend der Nummerierung hier dieser Zustandsfolge aber QI und QJ sind dasselbe und OB der A soll I kleiner als J sein das heißt also bei Abarbeitung von W gleich A1 bis AM wird es irgendwann mal so dass wir hier nach QI kommen aber nachdem wir A1 bis AI gelesen haben und dann wird AI plus 1 gelesen und so weiter und so fort aber irgendwann mal kommen wir wieder zu QI zurück das QJ ist gerade wieder hier QI und dann geht es weiter hier fehlen ein paar Pünktchen nicht nur zwei Übergänge hier fehlen ein paar Pünktchen und dann geht es nach QM also insbesondere wissen wir aber wenn da so ein langes Wort haben das länger ist als die Anzahl der Zustände des Automaten dann muss bei der Abarbeitung so ein Kreis in dem Automat durchlaufen werden einfach die Zustandsfolge die durchlaufen hintereinander okay wenn aber bei Abarbeitung von W dieser Kreis durchlaufen wird bevor wir schließlich in einem Endzustand landen dann können wir auch mit einem Wort in den Endzustand kommen dass diesen Kreis nicht durchläuft dass einfach hier schnurstracks durchgeht oder bei dem dieser Kreis zweimal durchlaufen dreimal oder viermal das ist ja genau das was dieses Lemma sagt man kann dieses W irgendwie aufteilen in UV X und insbesondere ist UV kleiner gleich N sodass auch UV hoch IX wieder in der Sprache ist die Aufteilung die können wir hier ablesen mit U kommen wir hier hin nach QI von S nach QI mit V kommen wir hier durch und mit X kommen wir dann von QI dahin und natürlich muss diese Wiederholung spätestens beim N Zustand vorkommen das heißt also UV hat eine länger kleiner gleich N und dieser Zykel existiert das heißt V ist ungleich leer das heißt also aus dieser Abarbeitung von W können wir die Aufteilung ablesen hier steht nochmal also da muss es so einen Zykel geben und den kann man auch weglassen oder mehrfach durchlaufen dann kommen wir trotzdem nach QM das heißt also wir können das W zerlegen in A1 bis AI den Teil der abgearbeitet wird bevor wir zu diesem QI kommen das ist U gefolgt von dem Teil AI plus 1 bis AJ das ist der Teil der abgearbeitet wird indem man durch den Zykel geht das ist V und das ist insbesondere ungleich leer denn da muss es einen Zykel geben bei der Abarbeitung von W gefolgt von hier dem Rest AJ plus 1 bis AM das ist so und wenn das Wort abgearbeitet werden kann dann kann auch abgearbeitet werden U V hoch I X I aus N 0 Abarbeitung N das Bild wenn Sie sich das einprägen und was dahinter ist dann können Sie sich den Satz auch merken ich gebe zu erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig dieser Satz oder das Pamping Lämmer wenn man das anwenden will sollte man das aber so richtig parat haben und das kriegen Sie in den Kopf rein indem Sie sich immer dieses Bildchen da vorstellen Ja da kann es auch mehr Zykel geben das ist ja auch nur eine Aussage es existiert ein N und es existiert für jedes Wort der Länge länger N so eine Darstellung da kann es auch mehrere Darstellungen geben wo an mehreren Stellen aufgeblasen wird nur eine Existenzaussage für den Was wir jetzt noch machen wollen ist dieses Lämmer anwenden gewinnbringend anwenden sage ich mal also das Lämmer ist eine Aussage über reguläre Sprachen sagt wenn die Sprache regulär ist dann erfüllt sie dieses Lämmer wie kann man so einen Satz verwenden also das blöde ist das ist nur ein Satz der nur eine notwendige Bedingung für regulär beinhalten wenn eine Sprache diese Bedingung nicht erfüllt dann ist eins klar ist klar die Sprache ist nicht regulär dafür kann man es verwenden aber ich warne da eben diese Eigenschaft es gibt ein n so dass für jedes Wort der Länge größer n es eine Darstellung gibt als UV X V kleiner gleich n V ungleich Epsilon so dass UV hoch I L ist für alle I das kann auch zutreffen für Sprachen die nicht regulär es nicht hinreichen wenn Sie eine Sprache hernehmen den Verdacht haben die ist nicht regulär können Sie es vielleicht mit dem Pumping Lemma beweisen vielleicht haben Sie auch Pech und diese Sprache ist zwar nicht regulär erfüllt aber das Pumping Lemma jetzt wollen wir mal einfach so anwenden üben erstes Beispiel das erste Beispiel ist harmlos da gucken wir uns nämlich eine reguläre Sprache an von der wir ja wissen dass sie das Pumping Lemma erfüllt denn das haben wir ja gerade bewiesen schön immer dass Pumping Lemma noch mal voller Ausführlichkeit hier stehen also wir gucken uns die Sprache an L enthält alle Wörter aus 0 1 Stern oder über 0 1 für die gilt W enthält 1 0 nicht als Teilwort 1 1 1 1 Stern 1 Stern 1 Stern Stern 1 Stern 1 Da können beliebig viele Nullen kommen aber wenn dann irgendwann mal eine 1 kommt dann darf keine 0 mehr kommen 0 Stern 1 Stern regulär das heißt also die muss das Pumping Lemma erfüllen und das ist auch irgendwie klar ich muss einfach jetzt irgendwie nur so ein N angeben so dass für jedes Wort das länger ist als dieses N ich so eine Darstellung UV X angeben kann mit UV kleiner gleich N V und gleich Epsilon so dass auch UV X für jedes I in L ist und ich gebe hier einfach mal N gleich 1 an die Darstellung ist W gleich UV X und ich sage einfach und bei der Darstellung ist U gleich Epsilon muss ja nur eine Darstellung geben dann entspricht V also dem allerersten Buchstaben von W wenn ich sage W soll länger als 1 sein eine Länge haben die Länge als 1 ist also nicht leer sein heißt das insbesondere und U bei der Darstellung von W als UV X soll U leer sein das ist ja nichts anderes als V ist der erste Buchstabe von W so wenn jetzt W 1 0 nicht als Teilwort enthält dann kann ich auch den ersten Buchstaben weglassen oder den ersten Buchstaben tausendmal hinschreiben dadurch kann kein 1 0 entstehen da vorne ist entweder eine 0 die kann ich auch weglassen oder beliebig oft wiederholen dadurch kommt da kein 1 0 rein oder das erste ist eine 1 dann ist aber dieses ganze W nur eine Folge von Einsen dann kann ich auch diese 1 nochmal x mal wiederholen oder weglassen dadurch kommt wieder kein 1 0 okay also hier haben wir nur verifiziert dass eine reguläre Sprache das erfüllt was sie nachdem was wir bewiesen haben erfüllen soll die Aussage des Pumping hier wird es jetzt interessanter können wir mit dem Pumping Lemma zeigen dass die Sprache der korrekten Klammer Ausdrücke nicht regulär ist ja den wir sogar für eine speziellere Sprache zeigen können dass sie nicht regulär ist nämlich die Sprache der Wörter die so aussehen 0 hoch i 1 hoch i für beliebiges i also eine Anzahl von Nullen gefolgt von genau derselben Anzahl von Einsen Sie erinnern sich in der ersten Vorlesung hatten wir ja im Schluss kontextfreie Grammatiken da haben wir eine Grammatik angegeben die diese Sprache über die diese Sprache erzeugt wird und da habe ich so gesagt naja also ist die Sprache L gleich Menge aller Wörter Wörter hat die Wort hat die Form 0 hoch n 1 hoch n für beliebiges n ist ja wohl regulär oder ich weiß nicht ob sie es mitgekriegt haben da haben wir da Zweifel und das offen gelassen wenn sie jetzt wirklich da aufgepasst haben und dann ihr Zweifel sie jetzt zwei Wochen lang beschäftigt hat also jetzt wird das aufgelöst die Sprache ist nicht regulär und das können wir zeigen wir wählen wir betrachten beliebiges n ah das vielleicht jetzt nochmal genauer wenn wir das Pumping Lemma benutzen um für eine Sprache zu zeigen sie ist nicht regulär dann müssen wir hier hinten die Negation zeigen also die Sprache darf das nicht erfüllen das muss also gelten für alle n gibt es ein Wort so das oder gibt es ein Wort das länger ist als n sodass für jede beliebige Darstellung des Wortes als uv x mit uv kleiner gleich n v epsilon als ein i gibt sodass uv hoch i x nicht in l das ist die Negation von dem dahin so nehmen wir also ein beliebiges n und jetzt ein Wort w das länger ist als n und nur eins zu nehmen was sozusagen hier zum ja wie das Spruch führt zu dieser Eigenschaft hier dafür nehmen wir 0 hoch n 1 hoch n so dieses w ist größer n können wir also wählen so und jetzt gucken wir jede beliebige Darstellung von dem w als uv x mit uv kleiner gleich n v und gleich epsilon an wenn uv eine Länge hat die kleiner gleich n ist dann ist das uv hier in dem vorderen Teil zu finden also uv besteht nur aus Nullen und das ist der Trick wenn das v ungleich leer ist und wir das weglassen beispielsweise haben wir nicht mehr Anzahl von Nullen gefolgt von derselben Anzahl von Einsen haben wir plötzlich eine Null weniger nicht mehr in der Sprache also für jede Darstellung von diesem w als uv x mit uv kleiner gleich n gilt und v ungleich epsilon gilt wenn ich das v weglasse kriege ich 0 hoch L 1 hoch N L kleiner n das ist nicht mehr kein Wort aus dieser Sprache so das ist die Art und Weise wie sie am oftesten öftesten am am häufigsten das Pumping Lemma anwenden werden sollten denn das ist eine Anwendung die einem wirklich sozusagen einen Wissensgewinn bringt Sie haben eine Sprache Sie vermuten die ist nicht regulär damit können Sie zeigen sie ist nicht regulär wenn Sie das sozusagen so einen Beweis führen können aber meine Warnung war ja das wird nicht immer hinhauen es gibt nicht reguläre Sprache die erfüllen das Pumping Lemma und dafür habe ich jetzt das dritte Beispiel eine Sprache der sieht man eigentlich sofort an die kann nicht regulär sein aber unverschämterweise erfüllt die unser Pumping Lemma und das ist folgende Sprache der Wörter W aus Sigma Stern W hat entweder die Form das sind K1 also W gleich 1 hoch K K größer 0 oder es hat die Form das sind J Nullen befolgt von einer quadratischen Anzahl von Einsen den endlichen Automat will ich sehen der das erkennen kann der Punkt also Menge der Wörter über 0 1 W ist entweder 1 hoch K K größer 0 oder W ist 0 hoch J 1 hoch K Quadrat J größer gleich 1 K größer gleich 0 also hier quadratische Anzahl von Einsen die Sprache erfüllt das Pumping Lemmer das Pumping Lemmer müssen wir ja nur ein N angeben sodass für jedes Wort der Größe Länge länger als N so eine Aufteilung gibt X sodass UV hoch I X für alle I wieder in der Sprache ist und hier kann ich so ein N angeben nämlich N gleich 1 wenn ich jetzt so ein Wort aus L betrachte ein beliebiges Wort aus L das länger ist als 1 dann kann ich dafür so eine Darstellung als UV X angeben mit UV kleiner gleich N und V und gleich Epsilon nämlich Sätze U gleich Epsilon und Länge von V gleich 1 einzige Möglichkeit Länge von V gleich 1 das heißt also V ist das erste Symbol und dann gucke ich jetzt an und was passiert wenn ich jetzt dieses erste Symbol weglasse oder beliebig oft wiederhole gibt es jetzt zwei Fälle wie das W aussehen kann und was das heißen kann das W kann so ein 1 hoch K sein naja gut wenn ich jetzt die erste 1 von 1 hoch K weglasse oder beliebig oft wiederhole kommt ein 1 hoch L raus das ist wieder ein Wort aus L oder V hat so eine Form 0 hoch J 1 hoch K Quadrat J ist aber wohlgemerkt größer gleich 1 das heißt das erste Symbol ist so eine 0 und jetzt die 0 weglasse oder ein paar Nullen mehr dazu schreibe tangiert das den kritischen Teil dass hinten die Anzahl der Einzelnen Quadratisch sein Quadratzahl sein muss überhaupt nicht in anderen Worten wenn ich so ein W 0 hoch J 1 hoch K Quadrat betrachte und unser V ist das erste Symbol dann ist auch UV hoch 0 X in L beziehungsweise UV hoch I I größer gleich 1 X in L denn in dem ersten Fall naja gut dann fällt halt einfach die Vorrunde 0 weg das ist nicht schlimm das ist selbst dann nicht schlimm wenn es nur eine führende 0 gab da bleibt immer noch 1 hoch K Quadrat übrig und 1 hoch K Quadrat ist ein Wort von dem Muster oder aber da kommen noch so ein paar Nullen dazu wenn I größer gleich 1 ist aber das tangiert hinten die 1 Quadrat das heißt also diese Sprache hier sieht so gar nicht regulär aus ist auch nicht regulär erfüllt aber das Pumping Lemma Welt ist schlecht aber so schlecht ist sie doch nicht zumindest für die Sprache haben wir noch ein allgemeineres Pumping Lemma mit dem man zeigen kann die Sprache ist nicht regulär aber auch dieses verallgemeinerte Pumping Lemma das wir das nächste Mal dann genauer betrachten das sieht halt dann noch schwieriger aus als das hier auch das verallgemeinerte Pumping Lemma hat nur eine notwendige Bedingung für Regularität keine hinreichende hat also auch irgendwo dann Grenzen ja und das wäre es für heute gesend 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 gesend